Ich darf Sie hinüber begleiten. Ich bringe Sie rüber. Was wollen Sie von mir? Lassen Sie mich los! Gerade der ältere Mensch neigt oft dazu, aus falsch verstandener Bescheidenheit Hilfe abzulehnen. Davon lassen wir uns allerdings nicht beeindrucken. Schauen Sie mal hier. Hier. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Bedarfsampel. Durch Knopfdruck meldet der Fußgänger sein Bedürfnis an. So, jetzt kommt auch gleich das grüne Gehmännchen. Na komm, komm! Bopp, 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 bopp! Ja, wo ist der Fußgänger? Ja, wo ist der Fußgänger? Das ist umerfeinig! Aufgemerkt. Zweite Phase. Aua, Sie tun mir weh! Lassen Sie mich los! Dafür sind Sie dann aber auch gleich drüben. In seiner Orientierungslosigkeit entfaltet der ältere Mensch oft erstaunliche Aggressionen, die sich letztendlich aber gegen ihn selbst richten. Denn in seiner Verwirrung vermag er nun auch nicht mehr zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Bopp! 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 Keine Angst, Omi, ich bin gleich wieder da! Bopp! 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 An dieser Stelle verlässt viele Helfer der Mut. Jetzt aber heißt es, dranbleiben! Bopp! Bopp! Ich bin ja schon wieder da! Na kommen Sie! Bopp! 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 Boah, 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 boah.